Hallo Leute, und hier ist wieder ein kleines Video mit meinem Schnucki-Hund. Und zwar zeige ich euch mal das Rücks, den ich hier beigebracht habe. Platz. Super. Bleib. Nein. Bleib. Nimm. Sitz. Super. Pfote. Nein. Osterhase. Ja, super. Ich muss zugegen Pfote und Osterhase, habe ich ihr erst heute beigebracht. Und die lehrt einfach schon schnell. Ja. Bleib. Nein. Bleib. Bleib. Nein. Bleib. Gibt es Probleme mit der Verarbeitung? Gut, nicht jeder Hund ist 0 auf 100 perfekt. Äh, sofort perfekt. Das reden wir wieder. Ähm. Wenn ihr eine Übung kärtet zu. Wir finden es schon eine hohe Leistung. Nimm. Ja, super. Ja, leider. Osterhase? Osterhase? Ich hoffe, du schaffst das. Wie zoomt man mit der Kamera? Keine Ahnung. In der Frage. Osterhase? Ich hoffe, ich habe ein wenig. Du hast es erst heute gelernt, aber du bist doch schlau. Wendy war auch auf dem Gymnasium sogar. Ja. Osterhase? Ja, super. Und das Weib und ist ein kleiner süßer Hund. Schlau? Oder? Ja. Wie auch immer. Und so hat er schon super auf Handzeichen. Und zwar? Muss ich mir mal von näher absehen. So. Ein super süßer Hund. Geh ich mal kurz aus dem Medium. Der Kamera. So. Ich bin natürlich auch der Besitzer als Kameramann. Und sie hört auch super auf Handzeichen, wie ich gerade schon gezeigt habe. Warte. Wendy. Nein. Wendy. Ich gehe jetzt wieder zurück. Super. Ich filme wieder weniger perfekt. Ähm. Ist doch toll. Ist der Hase? So. Haben wir die wieder perfekt. Ich habe alles für Futter. Kost, auf einmal bist du fertig geworden mit deinen Tricks. Und ich würde sagen, Wendy, komm. Komm. Leckerli. Ich komme schon, ich gehe zum Jay. Komm. Und das war es jetzt wieder. Wir haben hier einen super niedrigen Hund. Und bis zum nächsten Mal. Hat doch ganz sicher einen Daumen nach oben verdient. Also, tschüss. Tschüss.